So hallo zusammen, jetzt so als kleiner Ankommensgruß spielen für uns Barbara Straub am Gesang, Nico Vinandi an der Oboe und Markus Ege am Akkordieren. Vielen Dank schon mal. Wir haben einen jiddischen Lied, da geht es um einen kleinen Jungen, der noch in der Wiege lebt und noch ins Bett macht. Und man träumt aber schon von dessen großen Karriere, wen der schon irgendwann mal heiraten wird und was der alles in seinem späteren Leben machen wird. Da habe ich an diesen Bahnhof gedacht, der noch gar nicht mal richtig angefangen ist und kann man jetzt auch schon drücken davon träumen, wie man eines Tages nach Pratislava fahren wird. Und das dritte Stück, das ist immer noch ein kleines Gute-Laune-Stück. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.